hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem kanal peace es ist kurz nach sechs donnerstag der kann ich jetzt nicht schauen keine ahnung 20 21 22 ich glaube der 23 perfekter tag zum beginnen mit zehn kilometer walken zurück von der kurze kur tour von der kurze kur und jetzt in vorbereitung auf die lange kur was ist heute heute sein spezieller tag nicht nur dass ich frei habe meine frau arbeiten muss sondern ich hole auch den kona der ist da den melde ich heute vormittag an und dann nehme ich euch mit zur abholung unseres blauen blitzes nach dem intro die letzte ölung bzw die letzte tankung da sieht man es im hintergrund wird voll getankt hier sieht man die preise wenn man sie erkennen kann das letzte mal lasse ich mein auto voll tank angekommen und der händler wir haben einen familienunternehmen weil meine mama mitgefahren ist sag hallo mama ich bin der pup übrigens und tja wir sind jetzt da wir geben jetzt unser auto ab also unser leihwagen und schauen wir mal wie weit wir schon sind konatechnisch wir warten noch auf den kona aber man sieht schon latte macchiato und hier keks das wenn mein doktor vor der kur sehen wird aber ich erzähle sie mit etwas ich den jetzt ess ich habe ihn nicht gegessen dankeschön auto platzer regensburg kann ich nur empfehlen unten schreibe ich die kontaktadresse rein auch mit dem verkäufer mit patrick super arbeit gemacht wirklich wirklich klasse und hier steht das auto schaut sie aus ja habe ich dann noch eine geschichte zu erzählen von einem auto verkäufer von toyota schrecklich aber das ist dann wieder eine andere geschichte wir haben auch den nur den einfarbigen genommen ohne weißen dach sondern nur den normalen mit der style ausstattung also mit der zweitbesten ausstattung ja mir gefällt auch die farbe ist schön da ist meine mami die will eigentlich ins video aber das merkt sie jetzt nicht grinst sie schon ja schön und was darf ich nicht vergessen natürlich das erste was ich mache bevor ich losfahre muss ich muss ich das ist einfach ein muss hier den charge body rauf das ist der jetzt von meiner frau den musste sie noch laden klebe ich noch hin einen augenblick so da ist er dran und schon können wir kommunizieren dunkle scheiben schön herrlich der stern brennt ich fahre jetzt nach hause jetzt tun wir noch mittagessen und dann gibt es noch ein video garantiert hinterher tschüss das war's war ein schöner tag wir sind noch mittagessen gegangen eis essen gegangen wunderbar es war auch ein kleines muttertagsgeschenk das ich noch gemacht habe für meine mom dass sie den ganzen tag verbringen das haben wir gleich damit verbunden unseren kona zu holen kommen wir gleich mal grob zur übersicht ich mache ja noch genauere videos obwohl es schon genug videos gibt über funktion über kofferraum über fahrleistungen verbrauch und schieß mich tot mache ich das trotzdem warum mache ich es trotzdem weil man vielleicht das eine oder andere trotzdem noch erfährt was man bei den anderen videos nicht erfahren hat schon mal am anfang weg hammergeil hammergeil geht es super zum fahren ich habe mich jetzt ich bin jetzt genau 99 kilometer gefahren regensburg ein wenig herum gefahren also genau 99 kilometer habe bei den 99 kilometer obwohl es gut bergauf geht von regensburg hoch zu mir genau 12,9 kilowattstunden braucht super bin keine autobahn gefahren aber halt so ganz normal über land bin ich mitgeflossen im verkehr war wunderbar und 12,9 respekt geht vor an bergern noch mal gut rauf hier zu uns also bin begeistert gleich mal vor anfang weg aber das kommt alles nur das navi ist um länge besser um länge schneller als das von sol um länge naja kein wunder sind ja paar jahre dazwischen die verarbeitung ist gut kein problem aber da mache ich dann extra video noch dazu was trotzdem sehr viel hart plastik ist aber das habe ich schon mal gesagt außer das hier das ist weich wundert mich aber es ist wirklich so ich habe ein 7 plus und passt rein er ladet natürlich nicht weil weil er nicht laden kann aber interessant ist hörte das klicken vielleicht hört er das weiß ich habe lange gebraucht bis ich gewusst habe das ist mein handy weil wenn es nicht laden kann und drin liegt macht es solche klick geräusche kommen irgendwie so vor wie es würde versuchen ein und auszuschalten findet aber keine möglichkeit ja hier sieht man das display wie gesagt ein schau ich fahr grün weil hier ja los schaff du schaff und mag er nicht gut ich fahr grün weil die schmetterlinge schon mitfahren mit mir ich finde die sitze super toll genial das leder ist schön hätte ich nicht gedacht gefällt mir ja meine frau wird sich freuen die hat das auto nämlich so noch gar nicht gesehen die ist nämlich heute unterwegs und hier ist ein ganz spezieller freund von mir tschuldigung der greift immer unsere vögel an und wer nicht gut zu vögeln ist der kommt weg ja genau also nur kurze rundum für die kurze zeit die ich jetzt gefahren bin wie gesagt es kommen noch ein paar videos schreibt es am besten in die kommentare was ihr wissen wollt kann ich vielleicht beim nächsten übernächsten video mit einbauen würde ich sagen genau ich bin schon im carport drin gestanden also in der garage weil da vorne ja noch ein tor zu geht passt rein wunderbar ich bin begeistert dann möchte ich mich natürlich noch beim autohaus platzer bedanken in regensburg genauer an patrick ich schreibe unten mal seine daten rein also so telefonnummer und so wenn ihr wollt patrick jureli heißt er der war sensationell gut so solltest du das video sehen danke nochmal für alles kann ich nur weiterempfehlen wirklich klasse klasse service klasse informationen wirklich ich bin begeistert schreibe ich dazu werbe video rein nein weil ich habe keine mehr wenn ihr fragen habt schreibt es und ansonsten kommen jetzt immer wieder so ähnlich die ähnlichen videos die ich mit dem soul ev schon mal gemacht habe auch für das auto ich werde auch noch eine runde fahren wenn es dunkel ist weil ich die scheinwerfer mal ausprobieren will wie die sind er hat ja auch ein assistenzsystem und so weiter aber kommt alles in einem anderen video das war's danke dass ihr dabei wart und servus sagt locker euer fokker ach ja danke mama